Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort mit MyKondo und Mulenya. Hallo und Slimer, komm doch rein. Ja, der spricht schon die ganze Zeit da draußen rum, das ist voll nervig. Ja, ich weiß. Ich geh mal Slimer wegbringen und hol mal jemand anders. Ja, mach das. Ich weiß aber noch nicht wenig. Finde die ja ganz nett, irgendwie die Slimes, aber dieses Gepatsche kann schon ganz schön nervig sein manchmal. Oh Gott, ich hol mal Snowball. Snowball hatte ich schon lange nicht mehr dabei. Dann hol ich auch gleich Fisch. Fisch? Fisch. Frischen Fisch. Ach so. Roher Lachs. Ähm, ja. Habe ich noch was zu essen? Ja. So, dann wollten wir mal gucken, ne? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt weitermachen. Ich glaube, ich muss das Dach noch ausbauen, genau. Ich musste noch die... Ja, das Dach war noch nicht fertig. Ich musste noch die Halbstufen da reinmachen, also die Stufen. Das Dach war fertig. Ach ja, und der Stall von innen muss dann jetzt gemacht werden, ne? Ja, natürlich. Oh. Da habe ich mir so überhaupt keine Gedanken drum gemacht, um den Schweinestall von innen. Wolltest du ja eigentlich noch machen, irgendwie gucken, wie das... Ja. Wie die Schweinehaltung... Ja. ...richtig ist, äh, sein muss. Wollte ich eigentlich, habe ich vergessen. Ja, macht nix. Ja, ich finde schon. Ach was, das ist so schlimm jetzt auch nicht. Müssen wir jetzt was anderes machen? Und dann beim nächsten Mal. Ja, ich mache jetzt hier erstmal noch den einen Weg. Und, ähm, macht das sonst einfach, wie ich denke. Wie gesagt, ich würde die halt nicht auf... ...auf Matsch stellen, sondern wir haben die ja auf Stroh jetzt. Dann brauchen die Tröge. Und das war's ja eigentlich auch schon. Was sollen die Schweinen noch haben? Ich weiß nicht, also so ein Matschloch bräuchten die ja eigentlich theoretisch, aber das kannst du... Ja, aber das kriegen sie ja im Freigehege. Ach so, ja, genau. Keine Ahnung, was die sonst noch brauchen. Ob Schweine sonst noch was brauchen. Ich bin kein Bauer, ich weiß das so gar nicht. Ach, ich werde da dann einfach nochmal nachlesen. Ich werde das jetzt einfach so Bauchgefühl machen. Ja. Und mich dann nochmal belesen, was Schweinehaltung angeht. Genau. Huch, dann ändern kannst du das ja immer noch. Genau. Oh, ich hab gar nicht mehr genug Stufen dabei. Stufen wovon? Na, Steinstufen. So. Wir brauchen ja auch noch, ähm, einen neuen Pferdestall, ne? Einen neuen Pferdestall? Ja. Müssen wir auch noch gucken, wo wir den hinstellen. Okay. Da sind wir noch ein paar Fenster rein. Ach, ich hab mich nur verbaut. Ach so. Lass dich davon nicht beirren, wenn ich so Geräusche mache. Nö, nö, nö. Richtig. Ich mach hier nochmal ein paar Fenster rein. Ja. Ach, das waren drei. Ah, wie doof. Das ist so eine Behutsamkeitshacke. Ja, ich glaube schon. Warte mal eben. Ja, hier. Kommst du mal in die Richtung? Ich versuch die mal da runter zu schmeißen. Hast du das geklappt? Ja, danke. Ja. Bitte. Da. So, ähm. Drei, fünf, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. So. Ja, das passt. Dann könnte man hier ja eigentlich auch noch Fenster reinmachen. Mhm. Und da hinten auch. Ich sammle mal die Stufen ein, die du hier so runterschmeißt. Ja, mach das mal. So. Oh, war irgendwas? Ich krieg den Chat überhaupt nicht mit. Ja. Das ist sehr... Wenn wir aufnehmen, guck ich meistens gar nicht so genau in den Chat. Ähm. Wir haben hier ja schon einen riesen Schweinestall irgendwie, ne? Ja, verdammt. Ich kann einfach nur hier rumliegen. Ja, ist doch auch gut. Ja, ja. Finde ich schon nicht schlecht. Viel Platz für die Schweine. Genau. Soll schon Platz haben. Ich glaube, wir haben momentan ein Schwein. Ja. Ja, das ist auch schon Platz. Das muss ja nicht dabei bleiben. Nee. Ähm, Tröger. Nenne ich mal mit. Mach ich den Boden? Ja, ne? Würde ich sagen. Oder? Stell ich den nach Halbstufen. Kann so eine Futterbar machen. Das wäre doch... Eine Futterbar? Mhm. Na ja, mach du mal. Ich guck mir das nachher an. Ja, das würde ich machen. Und dann? Hm. Hm. Überleg, überleg. Verdammt. Ach, das will einfach im Moment nicht so... Huch. Schreck lassen. Soll ich einfach so an mir vorbeirennen? Doch, hast du doch gesehen, dass ich das kann. Mhm. Hab's gemerkt vor allen Dingen. Ja. Ach genau, das Biotop wollten wir hier ja auch noch machen. Aber ich würde tatsächlich erstmal gucken, dass wir die Viecher nochmal woanders unterbringen, die wir jetzt drüben in dem Schweineauskauf haben. Ja. Snow, geh mal weg. Oh man, Snow. Ne, was ist. Der ärgert mich. So was. Ich probiere nur, ob das gut geht. Ah ja. Du testest das, ja? Ich mache mir jetzt eine Werkbank to go. Das ist ja übel hier. So. So. Ja, geht immer noch. Ja? Ja, ich glaube, guck mal, kann man das so als futterbar anbieten? Ich komme gleich mal im Gucken im Moment. Man könnte das Ganze ja auch noch weiter spinnen. Und ich mache einfach mal. Lass dich nicht abhalten. Au, das tut doch weh, wenn du da so runterspringst. Ich bin auch noch in die Trüge reingesprungen. Ja. Ja, das ist schön. Das Ganze könnte man hier jetzt auch so ein bisschen überdachen. Wobei ich das hier irgendwie doof finde, dann würde ich da schon eher einen Block hinstellen. So. So. Dass man hier irgendwie die Seiten zumacht. Mhm. Und dann so das Ganze überdacht. Verstehst du? Mhm. Wir können hier die Schweine zwischen. Wir aber nicht. Das heißt, wir können nicht dahin, um das Essen aufzufüllen. Nein. Das heißt, wenn leer, dann leer. Wenn leer, dann leer. Wie findest du so die Idee? Kommt nicht wie aus der Pistole geschossen. Gut, verdammt. Okay, dann baue ich da. Also ich weiß nicht, ich finde das etwas eng. Kannst du das nicht einen höher setzen? Doch, das kann ich. Also, ich weiß nicht, ob das, also keine Ahnung, ob das dann besser aussieht, aber das finde ich irgendwie etwas eng. Etwas beklemmend? Ja. Und tatsächlich auch, ich meine, ich muss ja da rankommen, um das Futter aufzufüllen, oder nicht? Ja, natürlich musst du das. Na, siehst du. Ups. Also, in den blöden Kesseln bleibt man stecken. So besser, aber ich weiß nicht. Jetzt wirkt die Überdachung irgendwie blöd. Wenn man keine Überdachung macht. Wir finden da schon ein Wissen. Ja, natürlich. Bleibt uns ja auch nicht viel übrig, ne? Was man so sagt irgendwie, Futterbar? Mhm. Ja, ich glaube, so ist das am besten. Ne? Oh, das wollte ich gewinnen. Was machst du jetzt? Ach, nur, ich hab nur was draufgestellt. Man kann ja irgendwann mal gucken, ob man Köpfe kriegt irgendwie. Es gibt auch Salatköpfe und sowas. Mhm. Und die könnte man dann da draufstellen. Ja. Ne? Ja. Und darunter können wir Glowstone machen unter die Dröge. Dann haben wir da nämlich auch schon ein bisschen Licht. Ich hol mal ein bisschen. Okay. Mach das, ich mach in der Zeit am Dach weiter. Ja. Was wollte ich holen? Glowstone. Ach, genau, danke. Gerne geschehen. Ich war schon wieder in Gedanken ganz woanders. Ich hab mir nämlich überlegt, wir müssen jetzt ja wieder noch einen Stall bauen, also den nächsten Stall, den wir machen, um ja auch die Tiere wieder unterzubringen. Ich würde dann eigentlich zu einem Schafstall tendieren, muss ich sagen. Okay. Und die Pferde vielleicht erst mal ausquartieren auf eine Koppel oder so. In Ordnung. Mal gucken. Kannst ja noch überlegen. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. So, wird das jetzt dunkel oder hell? Äh, hell. Passend, wenn ich hier das Licht reinpacke, wird's natürlich hell. Ja. So. Und dann die Dinger wieder drauf. So, dann haben wir hier nämlich schon wieder ein bisschen Licht. Vorragend. Und dann mach ich das auf der anderen Seite auch. Brauchen wir zwei Futterstationen. Dass es keinen Streit gibt. Ja. Ja, hauptsächlich sollen das ja irgendwann noch einige Schweine werden. Ich meine, das ist ja, ist ja ordentlich Platz hier drin, ne? Mhm. Na, da kann man ruhig auch einige Schweine haben. Ähm. Moment. Ja, du hast ja auch noch das Außengehege dazu. Hm? Das ist ja mehr als genug Platz. Das ist ja schon fast übertrieben viel Platz. Das stimmt. Das ist es. Deswegen kann das ja auch ein Riesenherde werden. Ja. Das stimmt. Es soll ja auch viel Platz sein. Ja. Darum geht's ja auch. So ist es. So. Hm. Hier. Fünf. Und zack, zack, zack. Dann ist die Futterstation nämlich auch. Fast fertig. Und dann ist die Futterstation nämlich auch schon einiges an Licht. Dann braucht nicht mehr so viel ins Dach rein. Ja. Genau. 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 Hier müssten dann noch Zauntore rein. Und das würde ich gerne noch hochziehen hier. Da machen wir dann noch mal. Ich mach das jetzt erst mal. Ähm. Oh. Noch ein höher. Ja. So, das Dach ist fertig. Mhm. Äh. Willst du... Was willst du da jetzt machen? Einfach hoch bis an die Decke. Okay. Was geht nicht? Da ist nur ein halber Block hier. Zack. Ach so. Sieht das denn gut aus, oder? Ja, das kannst du ruhig so lassen. Finde ich. Und das Dach ist jetzt zu, ja? Wie zu? Also fertig. Ja, ja, ja. Weil es sollte ja auch noch ein bisschen Licht rein hier. Willst du Oberlichter haben, oder was hast du dir gedacht? Äh, ich weiß nicht. Wie machen wir das am besten? Kannst du natürlich auch, ähm, ja, weiß ich nicht, Glasblöcke reinsetzen oder so. Ja, das könnte man. Da hat man hier nämlich auch Licht, Tageslicht halt, ne? Ja, eben. Ja, das fände ich nicht schlecht. Das könntest du eigentlich machen. Mhm. Die Oberlichter. Und, ähm, ja, für, für nachts, meinst du, das reicht so dann? Wie meinst du? Weil, das ist ja hier schon... Es darf ja ruhig, es darf ja ruhig dunkel sein. Monster spawnen ja keine. Ne, und hier haben wir ja Beleuchtung. Das wäre ja nur das kleine Stück hier. Eben, also ich fände das jetzt gar nicht so schlimm. Es darf ja auch nachts ein bisschen dunkel sein, ne? Also, das ist ja eigentlich auch, ähm, realistisch. Ja. So, jetzt machen wir mal eben gucken, wie ich das hier überhaupt am besten veranstalte. Aber wir brauchen ein paar mehr Tore. Aber wir brauchen ein paar mehr Tore. Ja. Snow, du bist schon wieder im Weg. Siehst du, ich kann schon wieder das nicht platzieren. So. Okay. Ach. Huch. Nein, dich brauche ich nicht. So, dann noch Türen. So, eins, zwei... So kann ich überhaupt durch? Ne, kann ich nicht. So, Türen sind auch drin, ne? Könnt ihr eigentlich theoretisch schon Schwein einziehen? So, rein theoretisch. 33. 33? Was sind denn 33? Ach, ich hab irgendwie... Ich mach da mal ne Fackel hin. Na gut, ich geh da mal. Ähm... Sorry, ich musste erstmal eben abzählen. Ja, schon okay. Ich guck jetzt mal hier draußen mal eben nach dem nächsten Dings auch, ähm, Stall. Weil hier haben wir jetzt ne schöne Ecke. Hier könnte man Weide hinmachen. Weide-Stückchen. Und hier. Und dann hier könnte man den Schafstall hinstellen. Dann hätte man da auf jeden Fall auch ein Weide-Stück. Also, ja. Das könnte man so machen. Dann... Hat die irgendwas? Ne, die kann ich kaputt machen. Huch, und kaputt. Ähm, dann... Mach ich hier jetzt das Stückchen Weg fertig noch und dann gucken wir mal nach dem neuen Stall. Okay. Und bei der Part schon wieder zu Ende ist, ne? Ja. Äh, ja. Ja. Ich renne. Ach so, echt. Immer da runterfliegen. Also, die Ecke muss ich wohl auch irgendwie entschärfen hier. So, ähm, ich müsste was auspacken. Das kommt da unten hin. So. Na gut, dann mach ich im nächsten Part weiter. Überleg mir das. Steckst du denn? Ich bin, äh, unten. Wo ist unten? Äh, im Lager. Wir haben keine Schaufel mehr. Ich hab noch eine dabei. Ja? Mhm. Okay. Ich würde dann jetzt aber erstmal den Part beenden. Mhm. Hallo. Hallo. Gut, dann, ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ja, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.